Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren herzhaften Folge von GTA 5, nicht online. Wir kümmern uns heute um den Raubüberfall, den wir jetzt seit ein paar Folgen, wir haben tausende von Raubüberfällen vorbereitet. Auf jeden Fall starten wir jetzt mit dem Merry Weather Raubüberfall, ich hoffe ihr freut euch. Nein, nein, nein. Does anyone want that? Nein, nein, du bist klar, du bist klar. Du bist klar. Bro, wassup? Oh hey, bro, du bist late. Nein, du bist fucking late. Du bist so late, in fact, du hast keine recht zu ringen. Bro, das klar? Ah, shut the fuck up. Du bist wie ein verdammel, fucking record. Oh, ja? Du bist wie ein verdammel. Exact wie ein verdammel. Wo ist die Unterstützung? Auf der Weg. Ich bin idolatet, wie du... Creeps. Yo, yo, Frankie. Wir waren gerade über dich. Oh, natterin. You know how it is. Yeah, whatever, man. So, what are we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah. Done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah. Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. Twenty percent saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison. Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester sings pretty good, man. But you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, if Daddy's a little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. Now, you, you're boarding the freighter and planting chargers. Me? I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. Oh, you. Fat man, of course, while you're on one of those friends. Whose part is easy, though? Oh, for fucks. Where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, baby! Brilliant! Don't be a dick! Oh, your wish is my commando, Master! Let's go, Junior! Hey, wait! Give Michael a wetsuit or I take him to the boat! Okay, what do we do? I'm coming, man! I'm getting a walk away now, let's go into an airplane. I'm getting a walk away. Then we take the boat up there. He's much faster. The boat we used in last minute. Well, I'm getting on the port city side of the Merriam Turner Overpass, all right? That's it! Oh, man. Almost forgot! Tch. Ah, ich muss auf die Brücke, warum sagt mir das denn keiner? Tch. Ja, das sollte Franklin eigentlich hinbekommen, auch wenn er nicht der beste Schütze ist, sondern eher der Fahrer, aber naja, Trevor weiß schon, was er tut. Okay, wir müssen zum Aussichtspunkt, der direkt hier unten ist. Tup, 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 tup. Und Michael anrufen. Hey, dog, I'm in position, let me know when you're red. Schluck auf. Okay, F, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. Alright, I got you, home. Hey, yo, there's two guards. These are bad dudes, right? I read up about these fools online. Yeah, they're a nasty bunch. It's clear, man, climb aboard. Things I do for old friends. T-Pick four spots for the bombs. Keep an eye on me, okay? They go on their ship in numbers, man. Okay, wir müssen jetzt durch wechseln. Hey, do this quick, man. I don't know how much backup they got below that. I can do it quick or I can do it right, okay? Okay, go down the level. They know I'm here. I gotta move, Frank. Was? Was? Ja, das läuft alles ja jetzt richtig gut. Ja, das läuft alles nach Plan. Das habt ihr schon so mitbekommen. Okay, ich konzentriere mich mehr. Ihr seht's ein, ja, ihr müsst gar nicht vorspulen. Ich schaff das jetzt, versprochen. Auch wenn ich hier irgendwie mal alles gleich ein bisschen richten muss, weil mir grad voll, äh, der Kopf flöten geht. So. So. Da ist aber auch einer. Der lebt doch nicht mehr, oder? Nein, tut er nicht. Hä, da war doch grad auch noch irgendwo ein Typ. Ja, okay, dann nicht. Zap. Und zap. Zap. Okay. Okay. Ich glaub, wenn wir nur schleichen, das wird nichts bringen. Deswegen muss ich irgendwie versuchen... Oh, das ist Michael. Okay. Ja, der räumt ganz schön auf, ne? Wie, da ist ein Typ in dem Container? Ja, komm Michael, du bist so gut wie fertig. Ja. 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 Wo ist denn das Auto? Auch da. Ich muss nachladen. Oh. Lad doch nicht so oft nach, du Hannes. So, da kommt sogar noch einer. Da kommt ein Heli. Ich muss nachladen. Hä, ich seh die nicht mal. Ich verstehe dich, weiter zu gehen! Geh die Leute auf der Hauptbahnhof! Es ist klar! Ich mache einen Weg für den Norden, das ist es! Rauchstreik, schon bald. Strömen die Menschen ins Rathaus. Kämpft den Mächtigen. Schönes Ding. Ähm, Kontakte, Zitten. Peng. Spannende Musik. Spannende Musik. Okay. Okay. Also, jetzt dürfen wir irgendwie... Wenn wir wissen, was es wäre, es wäre nicht top-secret oder sehr malleable, würde es? Es tut nichts mit dem Wasser, ist es? Ich bin ein Rappen. Ja, es könnte dir die Macht. Es wird dir in die Rage gezwungen. Ha, ha, nah. Geh ein Ratsch nach, dann wird es gut. Wie soll ich mich sagen? Da ist es. Ich nehme es. Hey, geh einfach mit dem Ding. Ich werde sagen, was es kann gehen. Wie soll ich mir das denn greifen, Leute? Ich kann nichts sehen. Ich bin ein Ratsch nach. Also, ich bin ein Ratsch nach hier. Ja, du bist fertig. Ich bin ein Ratsch nach 400. Ich bin ein Ratsch. Ich bin ein Ratsch. Das ist, was du immer sagst. Ja, aber ich bin jetzt nicht. Floyd, komm her. Ich habe das Paket. Ich habe das Doktor? Herr, ja, ich bin hier. Ich habe die Geräusche und die Explosionen. Wir halten es zusammen. Ich werde bald sein. Okay, wir haben es geschafft. Das war der Raubüberfall. Für... Eine... Ich würde ja jetzt Atombombe sagen. Ich denke, wir werden gleich noch erfahren, worum es sich genau handelt. So, und wir sind doch schon fast da. Perfekt. Man, du kannst sagen was du willst über Trevor, aber shit, du hast es gemacht. Ja, ich hoffe so. Hey, ist das Master? What? Hey, man, was du hier machst? Du solltest du hier sein. Ja, ich soll, ich würde. Wenn bestimmte Known-Assoziates waren, dass sie sich in den Städten zu machen. FIB, Meriweather, IAA. Du kannst mit ihnen all den Tag. Aber wenn du versuchen, eine superwebende Experimentalte und es zu den Chinesen, ist, dass du und alle, die du immer wusste, wird in der Arsch sein. Du verdammelst! Hold on, Mann. Ein superwebende? Die Chinesen? Was? Was denkst du da? Ich dachte, er hat dich gesprochen. Okay, Mann. So, was jetzt? Vielleicht kann ich es organisieren, um es zurückzunehmen und zu finden, in der Verbrechung. Woah! Holy fuck! Lester Crest! Du hältst und sieht gut aus! Du hast eine Idee, was du hier gemacht hast? Ja? Ich habe eine Anzahl. Was, du schützt, weil du nicht die 20% bekommen hast? Wenn das nicht zurückkommen ist, dann werden wir alle auf jeden Fall auf der ganzen Welt auf der ganzen Welt. Auf der Fall auf der ganzen Welt! Also, die nicht auf der Fall auf! Die töten! Die Böge! Wir werden alle sterben in eine Woche! Denken! Hör. Geh den Auto, Geh den Mann, mach ein Mann, mach was du machen. Trevor? Ich versuch es. Trevor? Das ist gut. Dann kann ich das alles zurückgehen. Dann kann ich das alles zurückgehen. Ach Trevor... Geld, 20 Mille, Kosten für Leerverkauf, minus 20 Mille. Schön. Naja. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben irgendwie auch wieder reingeschissen. Ich glaube so ist das nun mal. Dafür haben wir bei Niggle noch eine Mission. Obwohl wir ja die ganzen Sachen jetzt eigentlich besorgt haben. Naja, wir haben ja immer noch hier noch einen Raubüberfall, den wir machen müssen. Aber den machen wir nicht jetzt. Ich würde sagen, ich mache dann einen Schnitt. Hol uns doch mal eben noch ein Taxi, damit ich gleich speichern kann. So. Und naja, ihr schaltet jetzt ab. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich brauche einen Kaffee für Anto. Bleib wo du bist. Ich muss einen Fahrer um den Körner. Das wird funktionieren.